Auch wenn die Umgebung ländlich beschaulich erscheint, so ist diese Strecke doch alles andere als eine Einladung zu einer Spazierfahrt. Speed ist der Name des Spiels, also sollten Sie gut auf die vorbeirasenden Wegzeichen achten, damit Sie Ihr Timing für Kurven und Sprünge besser planen können. In diesem Teilstück bestimmen weitläufige Straßen und leichte Kurvenüberhöhungen das Geschehen. Fahren Sie hier Ihre Geschwindigkeit aus. Die Strecke führt durch überdachte Brücken, die einen Sprung verdecken. Schnallen Sie sich an und behalten Sie den Tacho im Auge. Dieser Abschnitt ist eng und kurvig, mit sehr eingeschränkter Sicht in einigen Passagen. Achten Sie besonders auf die Kurven im Bereich der Brücken. Überhöhte Geschwindigkeit könnte hier dramatische Folgen haben. Die mit Laternen gesäumte Hauptstraße der Stadt wartet mit einer plötzlichen 90 Grad Kurve auf. Wenn Sie sie scharf und schnell mit ausbrechendem Heck nehmen, sollten Sie sie erfolgreich meistern können. Und wieder Era Passagen. Und wieder intuitive fühlen Sie.